jo meine leute hier ist meine box für xbox für die festplatte reinzustecken dass ich mehr speicher habe weil mein mikro ist schon voll ich muss jetzt mal bestellen ja dann hole ich das mal raus und hier ist meine festplatte 4 terabyte und wie wir das wieder hier ist das was also schön ist wenn meine flotte oder wow also du hier ist das ding hier gucken hier sind die ganzen Stromkabel und ich kann euch nur irgendwann zeigen, dass er super performatiert hat hier sind die ganzen Anschlüsse, was das gute ist, die war ein bisschen teurer, ne? aber die hat vorhin noch 4 Laden, USB.03, hier noch die Stecker und jetzt kommt die Festplatte als Highlight, ja ne? 4TB Speicher für die Spiele, Updates, die ist zu voll schnell geworden, ich wusste so Leute, ja, ich bin heute speicher aufnehmen, weil das Handy und so, nicht Kamera und keine Halterung hier ist die ganz flache Festplatte, dann guckt die jetzt mal an Leute und drin ist die, hast weg vorne reingemacht, hinten kann ich immer noch eine ohne rein machen Boah, voll geil, oder? Hier sind die Kabel so ein Kabel, kann ich nicht einfangen mit so ein Kabel kann ich nicht anfangen, das ist hier für Ausland und dann hier USB.03, 3, schnellste und SSD Festplatte drin, Karton wo ist Karton, äh, da 4TB, hier unten steht es Fokussier doch SSD SSD SSD, Junge Schnellste Festplatte es gibt, Junge hier gibt es noch eine schnellere SSD Pro, aber die kostet 2.000, 3.000 Euro, die war ja billig, weißt du nicht so billig, aber die kostet nicht so 1.000 Euro, hier Musik сим die